Mal gucken. Ich habe festgestellt, heute um 10 Uhr morgens, mitteleuropäischer Zeitrechnung, ist die Final Fantasy 16 Demo erschienen. Und ich meine, ich habe das Spiel schon gespielt auf einem Anzock-Event, aber ich habe mir gedacht, das ist doch eigentlich ein super Zeitpunkt, weil ich mir vorstellen könnte, dass eben viele auch noch nicht so richtig wissen, ob Final Fantasy 16 was für sie ist oder nicht. Und deshalb habe ich mich entschlossen, jetzt mal hier eine Stunde in die Demo reinzuzocken, euch mal ein bisschen das Spiel zu zeigen. Und vielleicht hilft das schon so ein bisschen als Kaufentscheidung. Vielleicht kleiner Disclaimer, macht euch nicht lustig über Leute, die es nicht wissen, weil die Frage kommt tatsächlich häufig. Final Fantasy 16 klingt erstmal so, dass viele Leute denken, ach du Scheiße, ich habe noch nie Final Fantasy gespielt, ich kenne die ganzen 15 Teile gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt beim 16. Teil einsteigen sollte. Dem kann ich natürlich direkt entgegnen, dass jedes Final Fantasy für sich ein abgeschlossenes Spiel im Prinzip ist. Es gibt vielleicht hier und da mal ein paar Insider-Gags oder auch Locations oder Figuren, die man schon mal irgendwo gesehen hat. Generell ist es aber immer eine neue Welt und eine neue Story, die erzählt wird, wenn es jetzt nicht Final Fantasy X2 ist oder sowas. Aber dann checkt man das auch schon im Namen. Aber Final Fantasy 16, darum geht es ja hier, ist ein komplett neuer Final Fantasy-Teil, den man zocken kann ohne Vorkenntnisse, sowohl was das Spiel angeht, als auch was die Story angeht. Also was das Gameplay angeht und deshalb keine Sorge, falls ihr Bock habt auf Final Fantasy, dann gar kein Problem, könnt ihr natürlich auch mit Final Fantasy 16 rein starten. That being said, muss man gucken, ob Final Fantasy den Geschmack trifft, dadurch, dass Final Fantasy auch, sorry, ich habe immer noch hier allergisch, ähm, perfekt. Dadurch, dass Final Fantasy halt auch immer was Neues ist, also sowohl Kampfsystem, Story, Welt, ähm, Grafik, äh, stellt sich natürlich auch für Hardcore Final Fantasy Fans immer wieder die Frage, ist das neue Final Fantasy etwas für mich? Und da gehen die Meinungen natürlich auch immer auseinander, weil jeder da auch ein bisschen was anderes will. Das letzte große Final Fantasy Singleplayer war Final Fantasy 15, was nicht jedem gefallen hat. Ich fand's eigentlich cool, ich hab's zwar nicht durchgezockt, was ich eigentlich immer noch machen will, ich bin immer noch im zwölften Kapitel, ähm, aber dieses Open World Final Fantasy mit, ähm, ähm, mit dieser, ähm, ja, böse Zungen sagen, Boy Group, mit diesen jungen Kerlen, die da mit ihrem, äh, mit ihrem Auto durch die Lande ziehen und, ähm, über ihre Probleme labern, das war nicht für jeden was. Ähm, Final Fantasy 16 ist da fundamental anders, das kann ich schon mal sagen, ich hab ja, wie gesagt, bei dem Final Fantasy 16 Event hier in Hamburg, ähm, schon viel erfahren dürften, da waren auch die Entwickler, haben viel darüber erzählt. Es ist, ähm, eher ein klassisches Final Fantasy, was die Story angeht, es ist wieder so High Fantasy, wir haben Drachen, wir haben Schwerter, wir haben Magie, ähm, so weit, so gut. Wir haben keine richtige Open World, es ist jetzt auch nicht Open Schlauch, so wie Final Fantasy 13, aber es ist jetzt auch nicht komplett Open World, so wie Final Fantasy 15 zum Beispiel. Ähm, und wir haben eine Story, die ich zumindest von dem, was ich angezockt habe, die ich sehr, sehr interessant fand von Final Fantasy 16, die mich echt, äh, schon in ihrem Bann gezockt, äh, gezogen hat nach nur einem kurzen Anspielen. Sehr Game of Thrones mäßig, also teilweise auch sehr erwachsen schon, Themen wie Sex und, und Mord und Verrat und enttäuschte Eltern von Kindern und so weiter, also so Erbfolge-Geschichten und so, das hat da alles mit reingespielt. Ich hatte schon das Gefühl, dass dann starke Inspiration von, ähm, von Game of Thrones war. Ähm, was nicht unbedingt was Schlechtes sein muss, weil Game of Thrones ja auch wirklich eine tolle Story ist. Und, ähm, was eben auch das Besondere ist, dass wir den Hauptheld, den Hauptcharakter, den wir spielen, in drei verschiedenen, ähm, ja, Epochen, zumindest von denen man weiß, spielt. Einmal als Kind, als Jugendlicher und als Erwachsener. Und das auch in der Story immer wieder switcht und dadurch natürlich auch eine Menge Möglichkeiten sind, was so die Erzählstränge angeht. Also, was ist ihm als Kind vorgefallen und was hat das für Auswirkungen auf, ähm, den Älteren. Und da, das gibt natürlich so viele Möglichkeiten da, sag ich mal, storytechnisch zu arbeiten. Und, ähm, ja, das erstmal so als kleiner, als kleines Intro. Und, ja, dann lasst uns direkt loslegen mit der Demo, solange sie noch frisch ist. Und, äh, ich hab sie schon runtergeladen. Oh, dann mach ich mich doch mal hier. Nee, komm, ich mach green. So, dann legen wir mal los. Ich schieb mich gleich nochmal rüber auf einen besseren Slot. Und, dann sind wir mal gespannt. Jetzt übrigens müssten deutsche Texte, deutsche Sprachausgabe sein. Ich hab nichts verändert. Playstation ist auf Deutsch eingestellt, also. Schauen wir mal. Ich bin selber gespannt, wo die Demo ansetzt. Ob das das ist, was ich auf dem Event gespielt hab, oder was anderes. Ich schätze mal, es ist wahrscheinlich das Gleiche. Diese Demo enthält mehrere Kapitel aus dem ersten Akt von Final Fantasy 16 gespeichert. Dann können die Vollversion übertragen werden. Das find ich schon mal sehr cool. Das find ich super. Weil ich bin immer bei Demos immer so, aha, da muss ich das alles nochmal spielen. Aber das find ich auf jeden Fall cool. Dann kann man einfach weitermachen. Okay, Bildschirmhelligkeit, Untertitel, bla bla. Guck mal, hier kannst du Sprachausgabe fließend ändern. Leistungsmodus, gehen wir auf Bildfrequenz. Scheint ja nicht jedes Spiel zu haben, heutzutage. Visualisierung, das brauchen wir alles nicht. Storyfokus, Actionfokus. Es beginnt das Spiel mit mehreren Hilfsgegenständen, die das Spielerlebnis erleichtern. Ja, auch das ist sehr interessant. Es gibt Items, die dann zum Beispiel Autoausweichen haben oder so, um das Spiel leichter zu machen. Würde ich ehrlich gesagt erstmal nicht empfehlen. Es sei denn, man ist so wirklich, hat gar keinen Bock auf irgendwie Herausforderungen. Dann kann man wirklich nur die Story spielen. Aber ich würde hier Actionfokus nehmen. Es ist trotzdem kein Souls-Schwierigkeitsgrad. So, okay. Let's go. Es ist ein bisschen leise, habe ich das Gefühl. Den Chroniken des Moss steht geschrieben, dass Valistea vom Licht der Mutterkristalle gesegnet worden war. Und jenes Licht, unsere Ahnen letztlich aus der Dunkelheit führte. Doch, sein Strahl erweckte auch ein Verlangen. Ein Verlangen, das uns stets zurück in den Schatten der Kristalle lockt. Und so begann unsere Reise. Okay, jetzt bin ich dran hier. Diese Kampfsequenzen ge- Heißen die noch Esper? Ich weiß nicht, wie die jetzt hier in dem Spiel heißen. Die wird es übrigens häufiger geben. Auch in komplexeren Varianten. So, die kann ich schon mal sagen. Denn hier diese... Diese Icons heißen nicht Esper. Spielen eine große Rolle hier. Vor allem für diese 16. Spielen eine Rolle. Spielen ein neverkhen. Sie reaat zu können. 873 Naja, die Nüserschlucht, ist klar. Und auch nur den Dominos. Niemand sonst? Ist ja langweilig. Und diese Frau, sie kreuzt hier wirklich auf? Unser 1 stellt keine Fragen. Hast du verstanden? Das ist ein Befehl. Wir gehen los. Wir gehen los. Mir scheint das Schwert zu lang zu sein, um es da wirklich effektiv aus dieser Scheide rauszuziehen, ehrlich gesagt. Ohne dich ist die Mission gelaufen. Ja, ich weiß. Ich meine, guck mal, wie hoch müsste sein Arm sein, damit er das da rausziehen kann, oder? Das ist, glaube ich, nicht möglich. Okay. Okay. Jetzt kriegen wir erst mal die ganzen Tutorials. Hölle los. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Hölle los. Verdammt! Bewegung! Gerade rechtzeitig. ... ... ... ... ... Ich fische Format. Das sind das Gungens. Die dalmekische Volksfront gegen die Volksfront von Dalmekien. Ist übrigens von den Final Fantasy 14 Leuten, also von den Final Fantasy Online, machen. Havel, der König ist unser Gast. Havel kennen wir noch. Und sein Entscheid ist final. Oh ja, noch ein bisschen Crystal Juice. Warum sind wir denn überhaupt hier? Habt ihr kein Vertrauen in eure Truppen? Schließlich hat Dalmekia sich im Krieg der zwei Welten bereits gegen die Eisernen behauptet. Oder etwa nicht? Zudem... Euer Dominos hatte noch gar keinen Auftritt. Und wenn er ihn hat, stünden wir doch nur im Weg. Ihr habt wohl noch nicht gehört, dass die Eisernen nun auch einen Dominos haben! Es wäre fatal, sie zu unterschätzen! Ihr Feiglinge! Was sagt ihr da? Wenn wir diese Festung aufgeben, haben sie Zugang zur Hauptstadt. Und ich glaube, die Eisernen werden nicht gemütlich warten, bis die Verstärkung bei uns eintrifft. Also... Bleib nur ich. Kopka! Die Eisernen werden es noch bereuen, dass sie Stürm betreten haben. Dafür sorge ich. Die Eisernen werden es noch nicht. Großkotz! Benediktar! Gäbe acht! Gäbe etwa acht, wenn er Hasen jagt. Oder zweifelst du an meiner Kraft? Nein, mein Schatz. Du bist ein Löwe. Und zwar mein Löwe. Ein bisschen Frost macht mir nichts aus, Benediktar. Aber du kannst mir trotzdem schon das Bett vorwärmen. Uuuuh! Ganz schönes Chaos. Unsere Chance. Los, jetzt fallen wir nicht auf. Gäbe! 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 Ja, das sind auf jeden Fall butterweiche 60 Frames hier. Das kann man schon mal sagen. Ich weiß nicht, ob wir das auch... Ob das im Stream so rüberkommt, aber das ist super smooth. Ist allerdings jetzt auch der Performance-Modus. Ich werde später mal den Grafik-Modus anmachen. Nur zum Vergleich. Spürt ihr das auch? Die Damen. Die Dalmika wollten sich wohl nicht länger abschlagen lassen. Ha! Und sieh an, wer sich noch die Ehre gibt. Kommt! Noch mal! Kommt! 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 Chocoboas! Chocoboas! Spiel zu Ende. Bewegt dein Arschwaivern! Los! Lief! Randa! Komm schon! Hier da! Sie sind die Demons. Sie sind die Spurzelle. Sie sind die Spurzelle. Sie sind die Spurzelle. Sie sind der Spurzelle. Welli! Willst du hier verrecken? Vorsicht! Vorsicht! Verdammt! W-Wayman! 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 vor 13 jahren rosa liebst du rosa rosalith wenn du nicht zum schild taugst in den stellen gibt es immer arbeit oder willst du deinen pflichten nachkommen indem du dich wie ein schwein im dreck herum willst ich mache mir da keine sorgen mein bruder wird mich immer beschützen nicht los irgendwann triffst du ihn so und ich glaube an dich na dann auf das publikum wäre eine zugabe fangen wir noch einmal von vorn an zeig was du kannst drücke viereck für einen nahkampf angriff bis zu vier nahkampf angriffe lassen sich zu einer kombination verketten 1 2 3 4 gleich nachsetzen 1 2 3 4 sehr gut deine technik wird sich auch im gefecht bewähren doch wie ist es um deine magie künste bestellt die flamme des phönix brennt in dir nun lass sie empor lodern los clive lass feuer herab regnen wecke das feuer in die drücke dreieck um feuer zu wirken mit diesem magischen geschoss lassen sich auch entfernte gegner treffen wunderbar weniger würde ich vom ersten schild rosarias auch nicht erwarten ein kompliment von euch ruh dich nicht auf deinen lorbeeren aus ich bin am zug synchronisation ist schon voll in ordnung ist eine schwertkunst nutzlos wenn du tot bist bevor du sie einsetzt flink sein lord ross fiel weiche angriffen ausdrücke r1 das werde ich mir glaube ich auf kreis legen das geht perfektes ausweichen weiche angriffen im perfekten augenblick aus um den gegner zu verlangsamen und ihn so kurzzeitig anfälliger für einen konter angriff zu machen der mit viereck oder dreieck ausgelöst werden kann alles das gemacht ich dachte das trifft das war spitze verhalte dein gegner immer im blick Gut. Gut. Merk dir, Clive. Verlass dich nicht nur auf dein Schwert. Scharfe Augen und flinke Füße sind unverzichtbare Qualitäten eines echten Schilds. Zudem bist du nicht irgendein Schild, oder? Zeig mir, was dich von dem Rest unterscheidet. Im Englischen dann Schie? In dir schlummert die Kraft des Phönix. Mache dir sein Segen zunutze. Tauch ein in die Flammen und stürm nach vorn. Nun, ich warte. Gleich wurde vom Phönix mit übernatürlichen Esper-Kräften gesegnet, die ihm Manöver wie den Phönix-Flug ermöglichen. Drücke Kreis, um dich in einem Augenblick entfernten Zielen zu nähern. Während eines Phönix-Flugs können sowohl Viereck-Nahkampf-Als auch Magie-Geschosse eingesetzt werden. Okay. Könnten sich nur all unsere Schilde so bewegen. Beeindruckend. Doch selbst der wendigste Schild wird nicht jedem Hieb entgehen können. Und wie du weißt, können ein paar wenige Schnittwunden genauso tödlich sein wie tausend. Der sicherste Weg im Kampf nicht zu fallen ist folgender. Achte auf deine Wunden und versorge sie, wenn nötig. Wo wir gerade davon sprechen. Du siehst etwas mitgenommen aus. So geht das nicht weiter. Wir sehen schon alle das Loot da oben, oder? Potion, High Potion. Okay. Mit helfenden Mitteln wie Heildring und Tonika kann Clive seine Lebenspunkte wiederherstellen oder vorübergehend seine Attribute steigern. Ordne den Richtungstasten. Helfende Mittel wie Heildring, um sie zügig einsetzen zu können. Änderungen können im Hauptmenü unter dem Reiter Gegenständen vorgenommen werden. Okay. Sehr gut. Lass dich während eines Kampfes niemals ablenken. Überleben und Tod kann ein einziger Augenblick entscheiden. Du musst dazu bereit sein, jedes verfügbare Mittel zu nutzen, um dir deinen Weg zum Sieg zu sichern. Oder zumindest, um den nächsten Tag noch erleben zu dürfen. Genug geübt. Zeit für deine Prüfung. Die Dusche scheint dich gut erfrischt zu haben. Aber bei Bedarf hätten wir noch einen Eimer. Nichts wäre mir lieber. Na dann, Lord Rosfield. Kämpfen wir. Du willst der Ehre würdig sein, dich den ersten Schild zu nennen? Beweis es. Wie ihr wünscht, Kommandant. Komm her, Junge. Zeig mir, was du kannst. Erschöpfe die gelbe Willenskraftleiste deines Gegners durch erfolgreiche Treffer, um seinen Kampfgeist zu brechen. Das ist ja Sekiro-mäßig. Und ihn für kurze Zeit besonders anfällig für Angriffe zu machen. Nutze diese Gelegenheit, um ihn gezielt großen Schaden zuzubeziehen. Gebrochener Kampfgeist. Kommandant Murdoch. Willenskraft ist erschöpft. Wenn der Kampfgeist des Gegners gebrochen wurde und er zermürbt am Boden liegt, kannst du ihm großen Schaden zufügen. Drücke R2 und Viereck, um Lohenschwinger anzugreifen. Von einer mächtigen Esper-Fähigkeit, die Clive durch den Segen des Phönix gewährt wurde. Ja, der hat aber nicht getroffen. Sind wir beide mal ehrlich jetzt. Also kriegst du in den Perfect-Dodge nicht hin. Gewonnen! Na, ich hab's doch gesagt! Oh ja. Du hast es geschafft. Zum allerersten Mal. Beim Kämpfen kommst du ganz nach deinem Vater. Du bist ein echter Schild des Feuers. Lass dir das nicht absprechen. Auch nicht von mir. Was gaff dir da noch? Schwert er in die Hand! Was? Joshua, ist das der, der unterm Stein begraben wurde eben? Hat er da nicht auch Joshua gesagt? Bleib lieber im Schloss. Pass auf dich auf. Er hat ihn das nur an ihn erinnert. Seine Gnaden ist zurück! Vater ist da! Euer Gnaden bitte! Solch ein Ort ist eurer nicht würdig! Für Joshua bin ich mir für nichts zu schade. Ich will meinen Sohn sehen. Meine Herren, Rosaria dankt euch für eure unermüdlichen Wunschwürden. Ich will mich für eure unermüdliche Loyalität. Habt Dank euer Gnaden zu euren Diensten. Joshua! Warum bist du nicht im Schloss? Das ist kein Ort für dich. Entschuldige. Guten Tag, Mutter. Komm, Joshua. Dein Vater erwartet uns. Lord Morroc? Jawohl. Wer behandelt so sein eigen Fleisch und Blut? Ich weiß. Was kann er denn dafür? Nicht jeder kann der Phönix sein. Gehen wir, Jill. Also die Mutter hat auf jeden Fall keinen Bock auf ihn. Die Wachleute da meinen, ja. Kann nicht jeder der Phönix sein? Die Wachleute da Ja, stimmt, so ein bisschen Jon Snow-mäßig, Frastert-mäßig, ne? Oh, kein... Kein... Hundi! Oder Bölfi? Das wird ein fabelhaftes Tier werden. Vater. Nicht nötig, Jill. Danke, euer Gnaden. Die Hauptstadt freut sich eurer Rückkehr. Euer Gnaden. Krieg zieht auf, mein Sohn. Halt dich bereit. Ist es wirklich schon so weit gekommen? Komm in den Thronsaal. Wir müssen reden. Ja, Fad. Majestät. Hm. Schilde, abtreten! Wo willst du denn hin, hm? Gehst du jetzt gleich zu deiner Audienz? Ja. Morgengrauen und Abendrot. Nicht zu verwechseln mit Abendrot. Nicht sicher, wo du mal hinhalt, der L3 gerückt, um die richtige Richtung zu weisen. Das nächste Ziel eines Hauptauftrags wird dir zu tun. Ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich muss Vater sprechen. Los jetzt! Ladet schnell! Heiltreib! Heiltreib! Die verbotene Frucht. Hier, bitte. Ich bitte euch, Milord, schenkt diesem jämmerlichen Tollpatsch einfach keine Beachtung. Verbeug dich, du Esel. Aber ich... Lass ich dir erlaubt zu sprechen? Das ist nicht nötig. Wirklich. Doch, doch, verzeiht seine Manieren. Allein eines Blickes von euch gewürdigt zu werden, ist mehr als seinesgleichen verdient. Ja, andernorts würde er nicht mal halb so gut behandelt werden wie bei uns in Rosaria. Wie ich ihm Tag für Tag aufs Neue einbläue, war es sein Glück, dass er in eures Vaters Reich geboren wurde. Seht auf, bitte. Los! Sein Ungeschick werdet ihr ihm doch nachsehen. Sehr wohl, wenn... wenn das in eurem Sinne ist, Milord. Schon dich etwas. Denk dran. Rosaria braucht deine Kräfte. Wir tun alle unser Bestes, Milord. Ja, wir alle. Komm, gehen wir jetzt. Die Pflicht ruft, mein Guter. Dieses Gesichtstattoo, was hat es damit auf sich? Heute gibt's Kristallsuppe. Supertrank! Eine wahre Glanzleistung. Lord Murdoch konnte einem beinahe ein wenig leid tun. Die Weizenernte ist dieses Jahr mager ausgefallen. Dabei sind die Speicher ohnehin schon fast leer. Hier jetzt übrigens, glaube ich, nicht mehr 60 Frames, wenn ich... Also ganz leichte... Äh, ist nicht ganz smooth. So schön ruhig hier, oder? Da ist Joshua! Oh, Milord. Mein Träger arbeitet sehr zuverlässig. Bis zur Prozession ist alles bereit. Da würde ich auch hoffen. Ich bin das Königssohn! Du, äh... Was ist das? Magischer Laubbläser. Mach schneller! Heiltrank. Der Junge ist die Zukunft Rosarias. Er muss beschützt werden. Clive! Ich! Du hast Angst vorm Krieg. Die Soldaten vertrauen auf die Macht des Phönix. Und... Ich weiß nicht, ob ich das schaff. Keine Sorge, Joshua. Vater wird dich führen. Und ich werde dich beschützen. Immer. Ich weiß. Danke, Clive. Nur nicht vor dem Husten, den du hast, sind wir ehrlich. Da ist die böse Mutter. Wichtig, ein Quick-Time-Event, um eine Tür zu öffnen. Sonst würde man vergessen, dass es immer noch ein Spiel ist. Viel Glück! Oh, du kleiner Hundi. Wolfi, Hund. Ihr wünschtet mich zu sehen, euer Gnaden. Wie kann ich dienen? Lass diese Förmlichkeiten. Mutter ist nicht hier. Wie ist die Situation im Norden? Schwarz, soweit das Auge reicht. In diesen wenigen Monden hat die Fäule dort fast alles verschlungen. Es bleibt nicht viel Zeit, wie sie auch uns verdirbt. Das Nichts. Bei den Flammen. Der Andrang der Flüchtenden stellt unsere Stadt bereits vor eine Zerreißprobe. Schicken wir sie weg, in Richtung Süden, nach Portisolde. Verlagern wir die Sache nur. Jeder Tag, der verstreicht, kann uns zum Verhängnis werden. Wir müssen handeln. Ein Zug gegen die Eisernen. Das ewige Geplänkel führt zu nichts. Bringen wir es zu Ende. Unser Ziel ist die Eroberung des Drachenhauchs. Ohne den Segen des Mutterkristalls sind wir der Fäule hilflos ausgeliefert. Die Eisernen werden uns nichts schenken. Das wird ein schwerer Kampf. Morgen reiten wir zum Phönix-Tor. Wo wir unsere Ahnen um Rat fragen. Wie ist der Brauch verlangt? Werde ich Joshua begleiten dürfen? Erst wäre da noch was anderes. Rodney? Rodney? Sicher hast du die Berichte gehört. Wildstämme des Nordens sind bei uns gesichtet worden. Goblins sind der Stillwindmarsch. Davon habe ich gehört, ja. Dann weißt du, was zu tun ist. Zwei Mann begleiten dich. Während wir nach Norden reiten, werdet ihr morgen das Lager suchen, finden und vernichten. Danach schließt ihr auf zum Phönix-Tor. Es wird Zeit, dass du dich bewährst. Damit deine Mutter Ruhe gibt. Ich werde euch nicht enttäuschen, Majestät. Das wäre alles. Nun geh. Wir reiten früh. Ja, Majestät. Okay, wir müssen erst ein Goblin-Lager vernichten. Damit zusammenstehen wir, was wichtig ist. Das Kompendium steht während fast allen Zwischensequenzen. Alle Kompendiumseinträge können auch später nochmal angesehen werden. Okay. Elvin Rossfeld Der Regent des Großherzogtums Rosaria und Vater Clives und Joshuas, das Volk, liebt Elvin für seine unbeirrte Entschlossenheit, bei der er Rosaria anführt und vor Gefahren von außen bewahrt. Seinem harten Durchgreifen ist es zu verdanken, dass die zahlreichen Raubzüge aus den nördlichen Gebieten nach Langjahren der Unsicherheit ein Ende gefunden haben. Sie sind die Quelle aller Kristalle auf der Magie, die Menschen in ihrem täglichen Leben vertrauen und im ätherreichen Land um die Mutterkristalle eingesetzt werden können. Aus diesen Gründen haben sich um jeden der Mutterkristalle große Nationen gebildet, die sich seit jeher um ihre Ersehung haben. Ja, das ist echt über Final Fantasy 14 fast schon. Willkommen zurück, Milord. Also ein bisschen was vom Witcher 3 anfangen, oder? Aber eine Alte-Räte. Willkommen zurück, Milord. Was ist das hier? Ist nicht so, was dem Sie zu behalten? Was ist das? Das ist das? Ist nicht so, was man? Verkommen zurück, Kohle. Ich hab ihn das. Was ist das? Wie lange wirst du diesmal weg sein? Nicht lang. Vier Tage. Vielleicht fünf. Und Joshua wird mit dir gehen? Ich kann ihn doch nicht hier lassen, oder? Das Blut der Rossfields durchfließt ihn. Vor einem Krieg muss das Ritual am Phönix-Tor vollzogen werden. Das weißt du. Und nur der Dominus kann ins Apoditerium. Also brauchen wir Joshua. Was für ein Wahnsinn. Der Junge ist krank. Ja, das weiß ich doch. Aber mein Sohn ist auch der Phönix. Der Erbe des Thrones. Er muss in seine Rolle hineinwachsen. Erwin! Ruhig, Liebes. Clive begleitet ihn. Trotz seiner Jungen, 15 Jahre, ist er ein fähiger Soldat. Und ein würdiger Schild. Und doch hat der Phönix ihn nicht für sich erwählt. Er hat ihn zurückgewiesen. Der Ruf unseres Hauses leidet darunter. Er ist unnütz. Eine Schande für uns. So wie ich. Mein Herz. Unsinn. Du bist der Herzog von Rosaria. Ach, nicht das wieder. Du weißt so gut wie ich, dass ich nur auf dem Thron bin, weil mein Vater früh verstorben ist. Und das auch. Nur so lange, bis Joshua bereit ist. Du warst der Erste in der Erbfolge. Und du sitzt auf dem Thron. Alles hat seinen rechten Platz. Oh. Du hast nicht das edle Blut der Familie beschmutzt. Ohne Menschen wie Clive, die uns beschützen, hätte dein edles Blut schon längst die Erde getränkt. Ich muss früh raus. Gute Nacht. Sehr, sehr. Äh, Entschuldigung. Queen. Queen Bitch Ray. Es ist so weit. Zeit, dich zu beweisen. Ein Wunsch an die Sterne? Schon lange nicht mehr. Ich sollte schlafen. Ja. Du gehst morgen mit ihnen, oder? Ich bin Joshuas Schild. Ich habe geschworen, ihn zu beschützen. Er nimmt zu viel auf sich. Wenn ich ihm die Last nur abnehmen könnte. Clive, du... Ich habe noch einen Auftrag. Vater hat ihn mir persönlich erteilt. Gut. Wenn du nicht selbst zu Media beten willst, muss ich es wohl für dich tun. Es gibt bald wieder Krieg, oder? Seit ich hier lebe, habe ich mich an den Frieden gewöhnt. Ich dachte, der Krieg unserer Länder wäre der letzte. Aber es hört nie auf, oder? Nein. Der nächste Krieg wird noch größer. Aber du schaffst das, oder, Clive? Schließlich bist du ein rosarischer Schild. Mit dem Segen des Phönix. Es wird kalt. Gehen wir rein. Nach dir. Gute Nacht, Clive. Gute Nacht, Clive. Schade, Ambrosia. Heute gehen wir nicht jagen. Du. Komm her. Gehen wir Glück. Freunde, wir reiten zum Phönix-Tor. Möge das Licht der Kristalle uns segnen und die Flamme des Feuervogels auf ewig brennen! Der Zug rückt aus! Öffnet das Tor! Lord Rossfield, erlaubt mir, euer Reit hier zum Phoenix-Tor zu bringen. Danke. Wir sind bereit, Milord! Es ist mir wahrlich eine Ehre, an eurer Seite dienen zu dürfen. Das wird kein einfacher Auftrag. Wenn die Goblins wirklich dort sind, müssen wir sie vertreiben. Die Wildstämme sind furchtlos. Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen. Die kriegen wir schon! Sir Wade, Sir Tyler, tun wir unsere Pflicht. Mit Freuden, Milord! Wie ihr befehlt. Brechen wir auf. Und möge das Licht der Kristalle uns segnen. Okay. Sehr viel mehr kann ich hier überhaupt nicht machen. Ein ganz kleiner Radius, in dem ich mich hier überhaupt bewegen kann. Aber auch das erinnert mich so ein bisschen schon an diese... An das Intro von Game of Thrones, so diese Modellbauperspektive oder wie man das nennen soll. Aber auch das ist immer wieder ganz kleiner mahle consult caliber. Ruhig actually. Man fühlt sich auch gut người hearten. Aber auch das sind wenn er wirklich etwas sage. Und scharf ich Vou新ustreiben für meine Liebe. Die Verbreich handeln es immer mehr. dann bin ich schon an der Verbreich gefehlt. Wenn du ihr seינst oder Modellbetriebestatic sch merchantiert ist... In der Vergangenheit hat. Das ist ja meinstern отвечert. Da haben wir in dasdféchen man Haltet Ausschau nach den Goblins. In dieser Gegend hat man sie gesehen. Ab hier ist alles Sumpfgebiet. Gebt auf dem Boden acht. Ja, aber nicht nur den. Zeitige Hilfs... Fühlst du dich im Kampf überfordert? Probier doch eines oder mehrere der fünf zeitigen Hilfsassessor. Mit dem Ring des zeitigen Angriffs zum Beispiel kannst du komplexe Kombos allein mit Viereck aneinander ketten. Während der Ring des zeitigen Augenmerks bei bevorstehenden Angriffen die Zeit verlangsamt, sodass du mehr Gelegenheit hast, mit einem Ausweichmanöver zu reagieren. So einen Quatsch brauchen wir nicht. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Kampf verloren. Wer sollte die Wege auch pflegen? Die Pfeiler hat alle vertrieben. So, hier vielleicht mal ein guter Moment, um mal... Oh. Nicht nur die Menüs auszuchecken. Kampfgeist setzt sich zusammen aus dem Willen und der Qualität der Ausrüstung. Je höher der Wert, desto einfacher kann der Kampfgeist des Gegners gebrochen werden. Okay, das sind diese... Hauptmenü Fertigkeiten. geeignet, deine Fertigkeit dazu ist, den Kampfgeist des Gegners zu brechen. Achso, die habe ich alle schon. Was ist denn das? Trampler springen. Drücke in der Luft X, um einen Gegner in der Nähe als Trittbrett zu benutzen, um so die Höhe und Dauer des Sprungs zu steigern. Drücke R1, während du von einem gegnerischen Angriff weggefegt wirst, um dich sofort wieder zu fangen. Lenke mit R2 und Touchpad die Aufmerksamkeit eines Gegners auf dich. Halte Fert gedrückt, um die Klinge mit der Kraft der Flammen zu stärken. Das ist los, um ein Verheerend. Das machen wir. Drücke in der Luft. Ist alles gut. Ich mache die Flammenklinge. Was haben wir noch? Was ist das hier? Oh, 500. Lohnschwingen. Achso, die habe ich noch gar nicht, oder was? Die habe ich doch schon. Verbessern. Ah ja, okay. Phönixflug kann ich die vorhandenen... Also, ich wollte ja mal den Grafikmodus anmachen, dass wir uns das mal zum Vergleich angucken können. Wir sind jetzt hier im... Nee, wo muss man das mal... Hier. Leistungsmodus, Bildfrequenz. Jetzt gehen wir mal auf Grafik. Sieht das jetzt so viel besser aus? Das ist auf jeden Fall deutlich ruckliger. Also, keine Ahnung. Wahrscheinlich Experten, Grafikfetischisten werden da schon Unterschiede erkennen. Aber für mich gibt es da überhaupt keinen Grund, auf Frames zu verzichten, ehrlich gesagt. Das ist so viel besser aus. Du hattest einen Job. Du hattest einen Job. Aber wo ist denn jetzt die Angriffe, die ich jetzt freigeschalten habe? Wie? Also halte 3 gedrückt und halte 4 gedrückt. Macht er gar nicht. Ah, okay. Oh, okay. Verstehe. Nicht gerade einladend. Vorsicht, Milord. Da sind noch mehr. Ah. 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 Berühre die funkelnden Punkte, die besiegte Gegner am Boden hinterlassen, um Beute wie Gelder der Gegenstände zu machen. Ah. 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 da noch weiter? Ah ja, mit nem Kick ist besser. Moment. Es tut mir leid, aber ich meine, der Lootboy hat was übersehen. Hier war ich doch noch nicht drinnen. Aha! Aha! Hm! Hm. Pass auf, Milord. Einige davon sind Spruchräder. Es sind nicht wenige. Wir müssen im Plan strecken. Wunder! 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 Wer? Es macht auf jeden Fall Spaß Kampfsystem Bisschen noch Probleme mit der Übersicht Wo gehts denn jetzt hier weiter? Hier? Wir sollten jetzt gleich zum alten Dorfplatz kommen Wahrscheinlich ist er voll mit Goblins Deezer Der Anführer Aber zuerst knöpfen wir uns eine Horde vor Erledigen wir das Pack Nichts lieber als das Ja Ja Da war es nur noch einer. Oh, ein Dickerchen. Gewaltige Feinde. Bei größeren Gegnern solltest du vorsichtig sein. Sie haben bedeutend mehr Lebenspunkte als kleine und können mit ihren verheerenden Fertigkeiten überwältigen. Benutze den Segen des Phönix und diesen Gegnern nicht nur beträchtlichen Schaden zuzufügen, sondern auch ihre Willenskraft zunichtet zu machen. Wenn der Kampfgeist eines Gegners erstmal gebrochen ist, kann er sich für kurze Zeit nicht mehr wehren und ist anfällig gegen Angriff. Aus dem Gleichgewicht. Wenn die gelbe Willenskraftleiste des Gegners unter 50% sind, gerät er für kurze Zeit ins Schwanken, was dir eine gute Gelegenheit bietet, ihn mit mehreren Attacken anzugreifen. Wo bin ich denn? Wenn der Kampfgeist des Gegners gebrochen wurde, kannst du ihm zusätzlich Schaden zufügen. Der Schadensmultiplierer steigt kontinuierlich mit jedem Angriff bis auf ein Maximum von 150%. Die Summe des Schadens, der während dieser Zeit angehoben wurde, wird ja am Ende als Gesamtschaden angezeigt. Aua. Loll, auf dem Boden liegt. Die Klamme gekommen. Der Schadensmultierer ist. Beute, genau. Wichtigen Kämpfen wird ein separater Ergebnissbildschirm angezeigt, auf dem die Kampfwertung und die Beute angezeigt werden, die du erhalten hast. Je nach Kampfwertung erhältst du unterschiedliche Mengen an Gel-Gegenständen, Ausrüstung, Fertigkeit, Heißt das, ich kriege besseren Loot, wenn ich besser kämpfe, oder was? Hartlederarmreife. Bleib hier und kämpfst du, Feigling! Ihm nach, bevor er Verstärkung ruft! Durch außerdem, Herr Soclives Attribute deutlicher, dafür müssen sie aber unter dem Reiter Ausrüstung im Hauptmenü ausgerüstet werden, auch Fertigkeiten kann das, wenn sie vor allem unter den Reiter Fertigkeiten gemeistert werden. Okay. Oh, wir haben 107 Punkte jetzt. Und könnten jetzt hier neue Attacken lernen, zum Beispiel diese hier. Ja, fast alle lernen. Die lodernde Klinge habe ich doch schon. Achso, das ist die nächste Stufe, 180. Okay, ich verstehe. Ach nee, das Armband wollen wir noch ausrüsten im Moment. Wo war das? Hier? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wie sollen wir hier rüber gehen? Oh, wir können sogar rüber. Ich dachte, es ist abgesperrt. Ich war schon so gewöhnt von anderen Spielen, dass... Verdammt, der Weg ist blockiert mit... Holz! Oh... Oh... Ah, wie heißen die Dinger nochmal? Die kennt man doch. Ein Moorball. Haltet euch von seinem Maul fern. Der Atem ist pfeifender als die Zähne. Oh, shit. Voll drin. Mundgeruch ist die Attacke. Ai, ai, ai. Gebrochen! 1.880. Oh, shit. Oh, shit. Filmischer Angriff. Wenn der Bildschirm in Schlüsselmomenten eines Kampfes blau leuchtet, drücke Viereck, bevor die Zeit abläuft, um einen verheerenden Angriff zu fesseln. Äh, entfesseln. Jetzt! Er ist geschwächt! Hey! 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 Hh! Hey! Hey! Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nein, ich stelle mich ja schon wieder genau vor Ihnen. Filmisches Ausweichen. Wenn der Bildschirm entschlüsselt, drücke R1 kurz bevor die Zeit abläuft. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Was hält denn der bitte aus, ey? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Kein Blut? Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 So, zum Phönix Tor. Plötzlich, tausende rote Augen. Nein, hört doch zu, jetzt kommt's erst. Unser Lord zieht sein Schwert. Sching! Der Goblin kreischt und rennt. Direkt im Morbol ins Maul. Mehr Bier! Heute wird gefeiert, Männer. Ja, morgen geht es los. Es muss euch mit Stolz erfüllen, die Früchte an der Arbeit zu sehen. Der junge Lord wird es noch weit bringen. Ja, und hat dann vielleicht genug Mum mit uns zu trinken. Ist dir unwohl? Nein, Vater. Bin du etwas müde. Es war ein langer Tag. Sie feiern Clive, oder? Oh ja. Dein Bruder ist ein gestandener Schild. Ich bin sehr stolz auf ihn. Vater, warum wird der Dominos in unserer Familie geboren? Das ist nicht gerecht. Ohne die Kristalle können wir Menschen nicht leben. Doch sie wirken ihren Segen nur durch uns. Du bist besonders, Joshua. Du hast als Dominos die wichtigste Pflicht von uns allen. Die Macht deiner Esper mit unserem Volk zu teilen. Ich hoffe, das verstehst du. Flieg über Felder und Wiesen und Auen. Flieg aus der Asche empor und wo schauet. Flieg, rosarisches Feuer im Wind. Flieg, wir folgen, wo immer dir hin. Oh, Stürme nach vorn, wir sind ewig geboren. Lauter, meine Freunde, lauter! Flieg über Wasser und Wälder und Moor. Seht die Flammen am Firmand. Hier wird mich keiner vermissen. Trage, rosarias, stolz in die Höhe. Steige hinauf auf gleißender Böhe. Oh, Stürme nach vorn, wir sind ewig geboren. Na, Großer? Jill sucht sicher schon nach dir. Ja, ein fabelhafter Ausreißer bist du. Hier versteckst du dich also. Was machst du hier draußen? Ich hab dich drinnen vermisst. Als Schild darf ich mir nicht auf deine Pause gönnen und... Dieses Gegröle ist nicht mein Ding. Mich haben die Möhren vergault. Die Möhren. Sie erzählen alle von dir. Und nennen dich den Morbuljäger. Das sagen sie jetzt. Als ich angefangen habe, war ich der verwöhnte kleine Prinz. Wenn ich nicht gelernt hätte, mit einem Schwert umzugehen... ...wär ich nach wie vor eine Enttäuschung. Du bist der, an den alle glauben. Ich beneide dich. Das stimmt nicht. Sie glauben nicht an mich. Sie glauben nur an die Kräfte in mir. Mein Bruder der Phönix. Herr über Leben und Tod. Warum denn ich? Warum nicht du? Ich bin nicht dafür gemacht, dein Land zu führen. Ich bin nicht stark genug. Aber du schon. Aber ich hab schwarze Haare. Ein jeder Mensch hat seine Pflicht. Seit vor sehr langer Zeit... ...unsere Vorfahren entschieden haben, den Dominus als ihren Herrscher zu erwählen. Vertrauen wir darauf, dass wenn unser Land am Rand des Abgrunds steht... ...der Phönix aus den Flammen empor steigt, um unser Volk zu bewahren. Das Schicksal Rosarias steht und fällt mit dir. Du musst dieser Pflicht nachkommen. Und was ist mit dir? Ich bin da, um dich zu schützen. Deshalb habe ich den Segen des Phönix. Damit du der nächste Herzog wirst. Komme, was wolle. Egal, was passiert. Ich bin immer bei dir. Danke, Clive. Dafür, dass du immer zu mir stehst. Dafür musst du mir versprechen, dass du auf dich Acht gibst. Verstanden? Ich geh wieder rein. Ich sollte im Bett sein. Gute Nacht, Torgal. Ich bin immer bei dir. Das ist doch ein Trojanisches Pferd. Hören die denn die Musik nicht? Zugang gesichert, mein Herr. Oh nein, das ist doch ein Plann. Oh nein, das ist doch ein Plann. Kristallfinger Kristallfinger Volgt mir eure Hoheit Ok das ist ganz cool oder? Ich mache jetzt mal die Sprache auf Englisch weil ich das auch mal wissen will wie das im Vergleich ist Ob das überhaupt geht Wahrscheinlich geht das wieder nur im Hauptmenü Ok kann man jetzt gar nicht mehr ändern Sind die Feinde etwa schon bei uns im Schloss? Ich fürchte schon eure Hoheit kommt War das gerade? Ich muss ihnen helfen Doch Der unterwegs ist pumped Die habe ich vorhin noch gesehen. Sie haben gelacht. Ein Sanbrekscher Soldat. Aber warum greifen sie an? Ich muss zu meinem Vater. Sanbrek. Der Dombie-Nurse! Der Dombie-Nurse! Der Dombie-Nurse! Der Dombie-Nurse! Tyler! Verdammt! Die Wunden sind tief! Ich kann ihn retten! Der Dombie-Nurse! Der Dombie-Nurse! Diese Frisur von ihm triggert mich irgendwie. Oh! Der Dombie-Nurse! Der Dombie-Nurse! Seid ihr... Ich komm durch. Dank seiner Hoheit. Euer Gnaden! Lord Murdoch! Der Dombie-Nurse! Ihr habt den Prinzen gerettet. Vortrefflich, Wade. Das werde ich nicht vergessen. Danke, Majestät. Wir müssen weg hier. Lass uns schnell zum Hintertor! O-mi-A-Lost-E-L-A-N-T-U-I-S-A-K-E-L-E-F. Nun flieg geschwind nach Rosalith. Jetzt kommt so ein Pfeil. Frrrr! Am besten zum Nordtor. Zu den Chocobo-Stellen. Vater, bringt Joshua in Sicherheit. Nein! Ich gehe nicht ohne dich! Du bist doch mein Schild, oder? Das bin ich. Deshalb halte ich die Feinde hier auf, damit du entkommst. Ich schicke euch die verbliebenen Truppen sofort nach. Geht jetzt. Es ist meine Pflicht. Erfüll du deine Pflicht. Ich... Ich weiß. Du musst Vater beschützen. Ich zähle auf dich, Joshua. Ich bin kein Pfeil. Ich weiß, was ich nicht entgegen. Ich versuche sie zu Hause. Ich muss meine Pflicht. Ich versuche sie zu Hause zu Hause. Ich versuche sie zu Hause. Ich versuche sie zu Hause, die für sie nicht zuvor. Okay, jetzt holen wir uns die Schweine. Sind wir zu spät? Sind alle schon tot? Wo bin ich denn jetzt hergekommen? Offensichtlich nicht. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Die Tür gibt sie. Dafür zahlen sie. Diese Barbaren. Halte uns den Magier vom Leib. Ich kümmere mich um die anderen. Das wäre geschafft. Bist du verletzt? Alles gut. Aber ich habe Angst um Vater und Joshua. Gehen wir zurück. Was ist das? Ein Dragooner? Dragoon! Dragoon! So bist du. Ich helfe mit dem Segen des Radix. Traus, das wird dir nicht helfen! Legen, Digga! Hey, ich bin ausgewischt. Ich bin ausgewischt. Du hast ihn! Jetzt, Clive! Erledige ihn! Was wirst du bereuen, Junge? Nee, nee, der hat mich doch nicht betroffen. Ich bin ausgewischt. Genau. Verwende Viereck, genau dann, wenn der Gegner dich angreift, um seine Attacke zu parieren. Eine Erfolge, weil langsam kurz die Zeit er möchte, der Gegner hat. Stark von mir. Ist der Tod? Denke schon. Also haben Sie Ihre Dragoons auf uns gehetzt. Kaiserliche Schlangen. Wollen Sie uns etwa erobern? Noch nicht. Dafür sind es zu wenige. Das ist keine Invasion. Das ist ein Anschlag. Mehr können wir nicht tun. Zurück zu meinem Vater. Glyph, sieh her. Diese Scherpen wurden gestern verteilt. In Rosalith. Wenn sie schon unter uns waren. Und das nicht alle sind. Vater und Joshua sind in Gefahr. Heilung. Auf dein Ross. Auf dein Ross. Was ist das? Torgal, da bist du ja. So ein Glück. Euer Gnaden. Seid ihr wohl auf? Mir fehlt nichts. Wir werden Verstärkung aus Rosalith holen. Ihr müsst mir helfen. Bring Joshua an einen sicheren Ort. Oh oh. Erfüll du deine Pflicht. Du musst Vater beschützen. Ich habe. Ich wollte. Klein. Ich. Ich zähle auf dich. Joshua. Der Phönix. Der Phönix. Joshua. Er hat seine Kraft. Er hat sie nicht im Griff. Ich muss ihm helfen. Nein, Clive. Zurück. Nein, der Chokobuch. Hat ihm das Leben gerettet. Ich danke dir. Mein Schutzengel. Ich nicht. Nein, der dirtest. Dieser ist für dich. Ich wollte ich mich bei dir nicht. Ich bin nicht im Griff. американ Paul. Was ist denn das jetzt? Das ist das, was wir am Anfang gesehen haben, der Kampf zwischen den beiden. Ist Ifrit jetzt Clive oder was? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Das macht aber wenig Damage hier. Du Feuer? Du Feuer! Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Das Apotheterium? Oh nein! Nicht schon wieder! Stark Ausgewicht von mir. Was ist denn das? Ich muss ihn aufhalten! Ich hab fast keine Energie mehr. Ich muss ihn aufhalten! Ich muss ihn aufhalten! Ich hab fast Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt habe ich gerade die Hälfte abgenommen. Jetzt habe ich gerade die Hälfte abgenommen. Jetzt habe ich gerade die Hälfte abgenommen. Was? Nein, die Hälfte abgenommen! Game over? What? Ich habe gedacht, ich habe gewonnen. Lol! Warum habe ich den jetzt verloren? Der hatte doch gar keine Energie mehr. Was ist passiert hier? Was? Was? Zum Glück muss man nicht die gesamte... Vielleicht ist er doch tot. Aber er wirft immer noch die Kugeln weg. Zu spät! Was ist zu spät? Ich raff es nicht! Was heißt denn hier zu spät? Ich raff es nicht! Ich raff es nicht! Ich raff es nicht! Okay. Okay. Torgal? 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 Torgal war Ifrit? Nee. Hör auf! Nimm die Hände von meinem Bruder! Torgal? Torgal! Geil! Torgal! Torgal! Hör auf! Wir waren uns! Inga! Verschütze! Mütze! Mütze! Mütze, hilf! Hä, aber der Phoenix hat doch gerade gewonnen. Mütze! Nein! Du Monster! War das jetzt der Hundi? Ich bring dich um! Ich bring dich um, Verdammt! Ich bin ein sehr schwerer. Aber doch analytics ist nicht so! Tゲier! Held mir! Bitte. Was für ein absolutes Chaos. Schade um den Phönix. Aber da war nichts zu machen. Mein Beileid, eure Gnaden. Können wir etwas für euch tun? Was wollt ihr noch tun, Hauptmann? Joshua war meine Welt. Und nun ist er fort. Sie scheint ja sehr traurig zu sein. Ich kann nur hoffen, dass mir in der neuen Welt seiner Heiligkeit noch eine Rolle zusteht. Verstehe. Oder ist sie Mitverräterin? Die Mutter war es. Oh. Euer Gnaden, seht her! Die Trümmer müssen ihn vor den Flammen geschützt haben. Nehmen wir ihn gefangen? Nicht nötig. Tötet ihn. Tötet ihn. Oh, diese Bitch. Das war ein großer Fehler. Alles hat seinen rechten Platz. Diese Bitch. Die Maidens auch noch. Na, das nenne ich mal einen Aufschlag. Ich habe schon ein bisschen Gänsehaut hier. Ich hätte nur gedacht, dass Final Fantasy einfach ein bisschen länger ist. Irgendwie so zwei Stunden für ein Vollpreisspiel. Das finde ich richtig geil, dass ich in der Vollversion einfach weiterzocken kann. Das war die Final Fantasy 16 Demo. Seit heute spielbar. Könnt ihr im Playstation Store runterladen. Und das Geile ist, der Speicherstand wird übernommen und in der Vollversion könnt ihr dann direkt weiterzocken. Müsst das Ganze nicht nochmal spielen. Ich muss sagen, das war ein ganz schöner Aufschlag. Also es wirkt sehr reif, sehr erwachsen von den ganzen Themen und Emotionen und so Kehle durchschlitzen, leichte Sexanspielungen und Verrat und so weiter. Klar, die Game of Thrones Parallelen, die sind unverkennbar. Aber das muss, wie gesagt, nichts Schlechtes sein. Es scheint hier wirklich eines der erwachsensten Final Fantasies zu sein, die wir so bislang gespielt haben. Es hat auf jeden Fall Bock gemacht. Es war natürlich jetzt am Anfang, das ist aber auch nicht untypisch für Final Fantasy, sehr viele Cutscenes und noch wenig Freiheiten. Da bin ich gespannt, wie sich das im Laufe des Spiels entwickelt, wie viele Freiheiten man dann hat, wie viel man da wirklich dann auch selber erforschen kann, was da alles so auf einen noch zukommt. Aber ich denke, wir haben hier jetzt nach den ersten zwei Stunden auch wirklich nur an der Oberfläche gekratzt. Also es ist noch schwer, Final zu beurteilen. Aber ey, der erste Eindruck absolut top. Kann ich gar nicht anders sagen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und ich bin jetzt schon interessiert an der Story. Kampfsystem hat Bock gemacht. Beide Daumen hoch. Ich bin gehypt. Ich habe richtig Bock. Bin gespannt, wie es euch gefallen hat. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr die Demo gezockt habt, was ihr euch noch erwartet, was euch vielleicht auch nicht gefallen hat. Bin gespannt auf eure Meinung. Und ja, wenn euch dieses Anspielen gefallen hat, lasst gerne hier ein Abo oder ein Like da. Und wir sehen uns mit Final Fantasy XVI dann wieder, wenn es rauskommt. Ich habe Bock. So viel kann ich schon mal sagen. Bis bald.